Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Imperial Miners. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Imperial Miners. In diesem Video zeige ich euch den Aufbau, ich zeige euch die Abläufe. Die sind gar nicht so schwer, ihr seid relativ zügig in diesem Spiel drin. Und abschließend am Ende des Videos folgt dann noch ein kleines Fazit. Bevor ich einsteige, wie gewohnt noch ein paar Informationen zu diesem Spiel vom Autor Tim Armstrong in der Welt von Imperial Settlers. Ja, wir siedeln jetzt nicht nur auf der Erdoberfläche, sondern, ja, eigenständiges Spiel, es geht unter die Erde. Es gibt wieder einiges zu entdecken, viele Aktionen, viele Aktionsmöglichkeiten, also eine Menge, die hier auf uns wartet. Es ist ein Spiel von Pegasus Spiele, Portal, englische Version, Erforsche die Wunder des Unterreichs. Und steht hier dabei, ab 10 Jahre, spricht für ein etwas anspruchsvolleres Spiel, ich werde am Ende darauf eingehen. Familie steht hier dabei, 30 bis 60 Minuten und die Spielanzahl, ja, die ist auch wichtig, zumindest fürs Fazit möchte ich es erwähnen, 1 bis 5 Personen. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns das gemeinsam an und ihr merkt, der Aufbau ist relativ zügig erledigt, weil die Karten werden erst einmal sortiert in 1, 2 und 3er. Die 4er Karten, die legt ihr als Stapel bereit, die braucht ihr nicht mischen, aber die 1er, 2er, 3er Karten, die mischt ihr und legt sie aus. Dann nehmt ihr diese 3 Tableaus, legt sie mit einer beliebigen Seite vor euch aus, dann legt sie das beispielsweise so aus. Die Ereigniskarten, die müsst ihr gut mischen und von diesen Ereigniskarten nehmt ihr 10, weil ihr spielt über insgesamt 10 Runden. Das Ganze gliedert sich in einer Ereignisphase, in einer Minenphase und nach diesen 10 Runden steht der Gewinner oder die Gewinnerin fest. Ja, für was gibt es Punkte? Und deswegen auch diese Edelsteine, der Rest bildet ein Vorrat, weil es gibt hier mit den Werten 1, 5, 1, 5 und 10 gibt es quasi die Punktemarge, die könnt ihr auch jederzeit tauschen. Und jeder nimmt sich jetzt noch so ein Tableau, nimmt sich den Marge der entsprechenden Farbe und legt ihn parat. Tja, das war es auch schon. Geldkapital, all das liegt hier auf der Seite und es fehlen noch die Karten. Wir haben ja hier unser Tableau und jetzt wird es Zeit, quasi Ausgrabungen vorzunehmen, Karten zu platzieren im unteren Bereich und dazu nehmen wir diese Karten. Ich habe jetzt hier Karten mit den Bereichen 1, 2 und 3. Im Standardspiel bekommt ihr 8 Karten, wählt davon 4 aus, die anderen 4 gebt ihr ab und denkt an euer Handkartenlimit. Das sind immer 8 Karten. Ja, ich habe halt so die 6 Karten für das Einstiegsspiel, würde ich euch auch empfehlen für die erste Partie und damit kann ich quasi auch schon loslegen. Moment, zuerst beginnt die Ereignisfase und so lernt ihr das Ganze spielerisch kennen. Ihr müsst jetzt nicht jede Karte einzeln durchgehen und erklären, sondern ich möchte es euch spielerisch zeigen. Dann wisst ihr durchaus, ob das was für euch ist, weil die erste Karte, die habe ich jetzt hier und die hat quasi so einen dauerhaften Effekt. Ja, dauerhaft sieht man hier oben an der Schleife und deswegen auch der Hinweis, je nachdem zieht ihr eine von diesen Ereigniskarten, dann haben sie einen Sofort-Effekt durch das Blitzsymbol, einen dauerhaften Effekt für die Runde bzw. am Ende der Runde durch dieses Symbol angezeigt. Aber ich habe jetzt diese Karte gezogen und die sagt jetzt, wenn du eine Karte in deine Mine spielst, also im unteren Bereich, erhältst du einen Punkt bzw. Edelstein für jede benachbarte Karte vom gleichen Volk. Naja, in der ersten Runde ein bisschen schwierig, weil ich platziere ja hier einfach eine Karte hin. Ja, ohne Kapital kann ich hier nicht so viel ausspielen, weil ich muss mich sozusagen jetzt mit diesem Stapel, mit diesen Einser begnügen, weil ich muss erst einmal Kapital ein bisschen ansammeln. Und hier gibt es diese einzelnen Karten und die Karten zeigen folgendermaßen an, die zeigen hier immer die Kosten an, die zeigen das Volk an. Wenn ich hier gewisse Völker spiele, die kooperieren teilweise miteinander, es geht darum, welche Völker habe ich, kann solche Kettenreaktionen auslösen und dann habe ich hier einen Effekt, der hier zum Tragen kommt. Und zwar hier erhalte beispielsweise ein Geld oder ich führe die unten genannte Aktion aus. Jo, ich spiele beispielsweise die Karte jetzt hier irgendwo aus. So, und man merkt, die sind so verbunden mit solchen Lohren und ich möchte, jetzt muss ich mal schauen, die andere Karte, hier beispielsweise, wenn ich die ausgespielt hätte, dann hätte ich jetzt hier schon so eine Verknüpfung. Das wäre gut, weil das bringt am Schluss einen Punkt. Ja, aber ich habe mich für diese Karte entschieden, dann lasse ich das auch so liegen. Das heißt, ich fühle jetzt diesen Effekt dieser Karte aus. Ich nehme mir quasi ein Geld, so viel ist es nicht, aber ich bekomme zumindest ein Geld und das Geld, das lege ich vor mir ab. Keine Interaktion, jeder spielt für sich, ich weiß gar nicht, was die Mitspielende machen, interessiert mich quasi auch gar nicht, weil ich spiele für mich und ich habe das hier platziert. Das war quasi der erste Zug. Wobei, was ist mit den Kettenreaktionen? Ich möchte auch eine dieser drei Aktionen auslösen. Streng nach Anleitung heißt, dass man quasi im Anschluss eine benachbarte Karte wählt. Links, rechts, oben, unten, egal. Ich wähle eine benachbarte Karte und führe dann quasi eine Kettenreaktion nach oben aus. Als Beispiel habe ich jetzt mal die eine oder andere Runde schon weitergeführt. Das heißt, die Karte ist platziert worden, beziehungsweise je nachdem die Karte. Und dann suche ich mir eine dieser benachbarten Karten aus. Man merkt, die Karten für Phase 1 liegen in diesem Bereich, dann Phase 2, dann Phase 3, die 4, beziehungsweise die Karten mit der Phase 4, die bekomme ich nur durch gewisse Kartenaktionen. Aber wenn ich eine Karte dann ausspiele, dann führe ich die Aktion aus. Ich bezahle immer die Kosten, die angezeigt werden. Und dann suche ich mir eine benachbarte Karte dann aus und dann gehe ich praktisch in diesem Bereich wieder zu meiner Mine hoch. Das heißt, hier wähle ich hier diesen Bereich und gehe quasi die Aktionen dann einzeln durch bis nach oben. Ja, macht ja auch Sinn, weil sonst entwickelt sich ja das Spiel gar nicht weiter. Ich möchte ja auch viel Kapital, ich möchte viele Punkte. Ich möchte neue Karten bekommen, Kettenreaktionen ausfüllen. Und je nach Volk, ja, habe ich unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt ja Maschinen, es gibt hier die Möglichkeit, Loren zu bekommen, weil Loren kann ich dann hier platzieren, aber jetzt nicht auf leere Felder, sondern auf Felder, wo hier beispielsweise schon ein halber Schatz abgebildet ist. Und das ist am Ende auch ein Punkt. Das heißt, lasst euch von den Karten einfach leiten. Und deswegen möchte ich es auch an dieser Stelle nicht so ausführlich formulieren, weil jede Karte oder jedes Volk ist ein bisschen unterschiedlich gestrickt und ihr habt verschiedene Möglichkeiten. Der Stollen ist beispielsweise zu, durch eine Aktion, nicht den Karteneffekt, durch die Aktion müsst ihr den Stollen wieder befreien von dem Schutt. Immer wieder Aktionen, aber all das steht auf den Karten drauf. Ihr macht also immer eins in eurer Runde. Es wird immer eine Ereignisfase ausgeführt, das heißt, es wird eine Karte gelegt. Und dann spielt ihr eine Karte in eurem Bereich ein, müsst es bezahlen, was die Kosten hier angezeigt haben, sucht euch eine benachbarte Karte aus und führt dann diesen Weg bis nach oben aus und oben wählt ihr eine dieser drei Aktionen aus. Das ist alles und das macht ihr über insgesamt zehn Züge. Und ja, am Ende schaut ihr, wie viele Edelsteine ihr gesammelt habt und wer dann die meisten Punkte hat, hat das Spiel gewonnen. Ja, Moment, aber so schnell möchte ich jetzt auch nicht weitergehen, weil es liegen ja noch drei Leisten aus. Ja, was machen denn die überhaupt? Und das noch als kleiner Zusatz, da habe ich quasi alles erklärt, weil hier sieht man es beispielsweise. Ich zahle jetzt ein gewisses Kapital, um mich zu entwickeln. Und deswegen habe ich auch diesen Marger, das wäre ja sonst zu wenig, weil ich habe diesen Marger und den positioniere ich auf irgendeinem Bereich. Und wenn ich dann die Felder vorangehe, zum Beispiel wenn ich zwei Felder vorangehe, dann erhalte ich das, was hier angezeigt ist. Ich bekomme nicht immer das, was hier auf dem Weg liegt, sondern immer nur das, was auf dem Ziel für liegt. Und so komme ich auf den Leisten voran und bekomme beispielsweise auch hier diese Viererkarten, bekomme Geld, um mir bessere Karten zu kaufen. Und irgendwann bin ich oben angelangt, bekomme diesen Effekt, der hier oben angezeigt ist, je nach Volk. Und dann gehe ich nach unten, weil sie auf irgendeine andere Leiste und gehe hier diesen Weg nach oben. Sofern ich diese vorgehensweise bevorzuge, macht dir aber auch Sinn, weil hier sind durchaus tolle Effekte dabei, die mich voranbringen. Beziehungsweise ich schiele immer auf dem oberen Bereich, je nach Volk profitiere ich von Punkten und Punkte führen quasi zum Ziel und zum Sieg des Spiels. Aber das ist quasi eine weitere Option, die man dann gerne einfließen lässt, je nach eurer Spielweise und je nach den Karten auf eurer Hand. Und das über die insgesamt zehn Runden, Ereignisfase, Minenphase und wer dann die meisten Punkte hat, hat das Spiel gewonnen. Und damit bin ich beim Fazit von Imperial Miners. Ein Spiel in der Welt von Imperial Settlers, ein eigenständiges Spiel und der eine oder andere ist großer Fan von Imperial Settlers. Es war ein gutes, solides Spiel, so der richtig große Fan war ich nie, aber es gab immer viele Erweiterungen von Portal bzw. Pegasus Spiele. Es ist ein Spiel von Tim Armstrong und jetzt siedeln wir nicht auf der Oberfläche, sondern wir gehen unter die Erde. Es gibt Ereignisse, die passieren in jeder Runde und anschließend spielt man eine Karte aus und man vergrößert dadurch seinen Stoll, holt sich weiteres Kapital, holt sich Punkte und nach zehn Runden ist dann festgelegt, wer das Spiel gewonnen hat. Vieles erklärt sich von alleine, deswegen wollte ich in den Abläufen nicht in jedes Detail einsteigen, weil lasst euch einfach von den Kartentexten leiden. Und es ist sowieso sehr glücksbetont, je nachdem was man zieht, muss man einfach mit diesen Karten zulieb nehmen oder zurechtkommen, die man dann auf dieser Hand hat. Das ist eher ein Aspekt, wo negativ für das Spiel spricht, weil man hat jetzt nicht die Möglichkeit, sich zu entfalten, sein Deck wirklich so zu gestalten, wie man das gerne hätte. Nein, vieles ist einfach dem Zufall überlassen. Wenn ich eine gewisse Karte brauche bzw. eine gewisse Völkerkarte, entweder bekomme ich die im Spielverlauf oder ich bekomme sie einfach nicht. Und durch das Ziehen vom Stapel erleichtert es das Ganze sicherlich nicht. Es ist ab zehn Jahre, aber es ist durchaus ein Spiel, wo schon die Jüngeren spielen können. Wenn ihr ein bisschen Spielerfahrung habt, dann kann man das Spiel schon ab acht Jahre durchaus spielen. Also wenn ihr schon das ein oder andere Familienspiel auf dem Tisch habt, dann ist es definitiv ein Spiel, wo ihr loslegen könnt, weil vieles erklärt sich aufgrund von der Karte. Gleichzeitig ist das ein Spiel für eins bis fünf Personen. Ihr könnt quasi Solo spielen. Es ist gar kein Unterschied, ob ich jetzt Solo oder zu fünft spiele, weil jeder spielt für sich allein. So kann man auch mal bei einem Mitspieler helfen, wenn die Karte vielleicht unklar ist. Aber es interessiert mich überhaupt nicht, was die Mitspielende da drüben machen oder was der Mitspieler da drüben macht. Ich spiele für mich und am Ende heißt es, wie viele Punkte hast du? Ich habe so und so viel. Ah, du hast so und so viel. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Ich weiß gar nicht, was der oder diejenige die ganze Zeit gemacht hat. Ob auch alles korrekt gespielt wurde. Keine Ahnung, weil ich konzentriere mich nur auf mein Deck. Null Interaktion. Und genau deswegen gibt es gar keine Abweichung bei diesem Spiel, wenn man Solo spielt. Weil es spielt sich genauso, ob man jetzt alleine oder mit bis zu fünf Personen agiert. Von der Spielzeit 30 bis 60 Minuten. Tendenz eher 30 Minuten. 60 Minuten ist nach oben gegriffen. Also selbst die erste Partie waren die 45 Minuten maximal. Klar, da waren noch die Karten, die Tableaus immer wieder was Neues. Das kann man ja individuell dann platzieren, wie man das gerne hätte. Immer wieder zumindest ein bisschen Variabilität, aber 45 Minuten selten. Also am Anfang, Tendenz geht auf jeden Fall Richtung 30 Minuten. Und es ist ein Familienspiel. Ein Familienspiel, was man alleine spielt. Irgendwie passt es nicht. Falls ihr es schon gespielt habt oder eure Meinung zu diesem Spiel, bin ich sehr gespannt. Aber da harmoniert es irgendwie überhaupt nicht. Es ist ein Spiel, wo man idealerweise alleine spielt. Wir haben es jetzt auch zu zweit und zu dritt ein paar Mal gespielt. Aber ehrlich gesagt, ich könnte mich jetzt hier hinsetzen, könnte eine Partie für mich spielen. Und dann habe ich alles gesehen. Naja, ich habe immer wieder neue Karten zu entdecken. Immer wieder neue Konstellationen. Aber das ist dem reinen Zufall und dem reinen Glück überlassen. Und deswegen hält sich der Spaßfaktor sehr weit im unteren Bereich. Der Wiederspielreiz ist gering. Hat man es ein paar Mal gespielt, dann verliert man die Lust. Und so habe ich quasi schon die ein oder anderen Mitspielenden erlebt, die es jetzt einmal gespielt haben. Auch meine Kids einmal gespielt und gesagt haben, habe ich ja schon alles gesehen. Das soll jetzt ein Familienspiel sein. Ich stelle mir da doch ein bisschen was anderes vor. So gesellig, wo man zusammen spielt. Es muss ja nicht kooperativ sein, aber zumindest, dass ich ein bisschen interagiere oder sehe, was der andere macht. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Also die Erwartung war durchaus gegeben, weil die Illustration ist super. Wenn ihr das im Handel seht, dann schaut man ja durchaus drauf. Oh, Familienspiel mit Minen, mit Karten, wunderschön illustriert. Mit den Lohren, wo man gräbt, wo man da noch Entwicklungsmöglichkeiten hat. Das klingt alles klasse, aber in der Wirklichkeit ist es ein Spiel, wo nicht solide ist, sondern ein Spiel, wo mir überhaupt keinen Spaß macht und der Wiederspielreiz sehr, sehr gering ist. Das zu meiner Meinung. Vielleicht seid ihr ähnliche, vielleicht sogar ganz anderer Meinung zu diesem Spiel. Ich glaube, wir werden wir wahrscheinlich jetzt kein weiteres Spiel der Reihe anschauen. Vielleicht ist es auch das letzte der Reihe mit den Minen. Imperial Settlers war ja auch schon gespalten, was die Spielweise und die Art und Weise angeht. Aber dieses Spiel hat mir definitiv nicht gefallen. Falls ihr anderer Meinung seiten sagt, Jörg, das klingt vielversprechend, das will ich jetzt einfach mal ausprobieren. Warum auch nicht. Das Spiel bekommt ihr je nach Zeitpunkt des Videos im Handel, beziehungsweise schaut auch gerne über die unten genannten Links. Das war's. Zu allen Informationen zu Imperial Miners. Danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald. Bis bald. Bis bald.